Und dann kam etwas dazu, was wir alle brauchen, wenn wir erfolgreich sein wollen, und das ist Glück. Der Bio-Boom und der grüne Hype hat die Welt erfasst und damit wurde plötzlich auch Naturkosmetik cool. Ganz herzlichen Dank. Die Einblicke, die ich heute mit euch teile, habe ich so noch nie geteilt. Das OMR hat mich gefragt, ob ich erzählen kann, wie man aus einem Schwarzwälder Familienunternehmen eine Hype-Brand kreiert. Und darüber musste ich einen Moment nachdenken. Am Ende ist es die Erkenntnis, dass man Hürden in Hypes verwandelt. Welche Nachteile, die wir alle kennen und die wir alle haben, sind Nachteile, die man in Vorteile verwandeln kann. Vielleicht sogar in Vorteile, die so gut sind, dass sie unfair werden. Ein unfair advantage. Und darüber will ich heute sprechen. Was sind die echten, dahinterliegenden unternehmerischen Geschichten? Genau die teile ich heute mit euch. Was ich nicht essen kann, gebe ich nichts auf meine Haut. Diesen Satz hat meine Großmutter Anne-Marie Lindner gesagt, als sie das Unternehmen gegründet hat. Das ist bis heute das Credo bei Anne-Marie Börlind. Aber ich fange mal vorne an mit einem Problem. Die Wurzeln von Anne-Marie Börlind beruhen erst mal auf einem Problem. Das ist meine Oma Anne-Marie auf dem Foto mitten im Einsatz. Meine Oma hatte Spätakne in den 1950er Jahren. Sie ist von Kosmetikprodukt zu Kosmetikprodukt gezogen, hat alle ausprobiert und nichts hat ihr geholfen, um entzündliche Akne, Hautunreinheiten und ganz schlimme Entzündungen loszuwerden. Sie ging sogar zu einem Dermatologen, der ihr eine schwarze Salbe ins Gesicht geschmiert hat. Sie erzählte immer, wie sie danach die Haut in schwarzen Streifen vom Gesicht ziehen konnte. Und ihr Gedanke damals war, gibt es nicht eine Pflege, gibt es nicht eine Wirkungspflege, die die Haut schon kennt und die der Haut tatsächlich hilft, sich selbst zu heilen. Damals fanden Chemie alle das Aller, Aller, Allerbeste. Meine Oma hat gesagt, es muss doch was aus der Natur geben. Mein Opa hat ihr damals ein Kräuterbuch geschenkt. In dem Kräuterbuch waren Zinkturen, Kräuterauszüge und Anleitungen, wie man sowas selbst herstellt. Meine Oma hat ihre Creme selber gerührt, für sich selbst verwendet und nach kurzer Zeit wurde ihre Haut deutlich besser. Ihre Haut wurde so gut, dass selbst ihre Freundinnen davon was haben wollten, dann die Freundinnen der Freundinnen und ist ein kleiner erster Mini-Hype entstanden. Irgendwann kam sie auf die Idee zu sagen, ich glaube, da gründe ich ein Unternehmen, vielleicht ist das was, was andere Menschen auch noch gerne haben möchten und versuchen möchten. Das war damals in der DDR in den 1950er Jahren. Frauen durften damals noch nicht mal ein eigenes Konto eröffnen und selbst um ihren Führerschein zu machen, musste sie die Erlaubnis von meinem Großvater haben. Das war nur eine der Hürden, die sie überkommen musste. Sie standen auch kurz vor der Enteignung, als das Unternehmen erfolgreich und erfolgreicher wurde. Sie sind dann in den Westen geflohen, nach Westdeutschland. Mein Papa war damals neun Jahre alt und dann haben sie im Schwarzwald einen vermögenden Fabrikanten kennengelernt. Hermann Börner. Hermann Börner hatte das Kapital, meine Oma hatte das Wissen. Sie war ein DDR-Flüchtling, komplett mittellos, aber sie hatte immer noch ihre Liebe zur Naturkosmetik. Die beiden haben beschlossen, gemeinsam zu gründen. Aus dem Namen Börner und Lindner wurde der Name Berlind. Und Annemarie war der Vorname von meiner Großmutter. Die ersten Schritte haben wir im Reformhaus gemacht. Der Reformhausmarkt ist noch heute ein wichtiger Markt für uns und wir haben die Treue zu den Kunden nie verloren. Wir wurden langsam größer, wir sind damals gewachsen, es gab immer mehr Kunden. Aber meine Oma hatte nach wie vor die Herausforderung, dass sie als Kräuterhexe ausgelacht wurden. Das Unternehmen wuchs und wuchs und wuchs und langsam aber sicher wurde sie nicht mehr so sehr ausgelacht, aber sie war noch immer die Kräuterhexe. Meine Oma starb als die Grand Dame von der Naturkosmetik und für mich persönlich ist sie eine ganz große Inspiration als Frau. Meine Oma hat an meinen Papa übergeben und damit hat die Wachstumsphase von Annemarie Börlind begonnen. Meine Oma hat das Unternehmen als ein recht kleines Unternehmen übergeben, aber es war ein Unternehmen auf einer Mission. Mein Papa hat einige echte Hürden genommen und überwunden und das Unternehmen zu einem unglaublichen Wachstum geführt. Wir sprechen von einer Verzehnfachung des Umsatzes. Das ist mein Papa Michael. Echte Papa-Fenster. Mein Papa kann heute leider nicht da sein, der erholt sich gerade noch von einer OP. Aber ich habe das Bild von ihm mitgebracht. Welche Learnings gibt es aus der Zeit von meinem Papa? Mein Papa hat drei wichtige Hürden genommen, um das Unternehmen zu einem Hype zu führen. Die erste Hürde war die Internationalisierung. Wir sprechen von den 1970er Jahren. Das erste Land, in das wir internationalisiert haben, war Österreich. Das war damals noch ein bisschen exotischer als heute. Wir sind heute in 34 Ländern aktiv mit der Marke Annemarie Börlind. In jedem neuen Markt, in dem man startet, viele von euch kennen das, fängt man bei Null an. Als absoluter Nobody. Und das Wachstum geht langsam. Das Wachstum ging einigen Menschen zu langsam. Unter anderem der Familie Börner. Der langjährige Kompagnon hat plötzlich den Glauben an die Naturkosmetik verloren und konnte sich nicht vorstellen, dass Naturkosmetik irgendwann mal zum Hype wird und tatsächlich aus der Nische hervortritt. Das war in den 2000er Jahren. Und ehrlicherweise war die Fanbase von Naturkosmetik damals noch recht überschaubar. Mein Papa hat an der Naturkosmetik geglaubt und hat an den Erfolg seines eigenes Unternehmens geglaubt, selbst als sein Partner den Glauben daran komplett verloren hat. Mein Papa hat eine zweite wichtige Entscheidung getroffen. Und das war die Entscheidung, die Unternehmensanteile komplett zu kaufen. Er hat einen Kredit aufgenommen, hat sich über beide Ohren verschuldet. Und noch bevor es die Startup-Szene gab, war er quasi sein eigener Business Angel. Allerdings musste jetzt erst recht Wachstum her. Jetzt gab es noch einen Schuldendruck und einen Finanzdruck. Der Reformhausmarkt war etabliert. International waren wir ganz gut unterwegs. Und was jetzt noch gefehlt hat, war ein neuer Markt. Und der größte Markt für Kosmetik ist und bleibt die Parfümerie-Welt. Er hat Parfümerie-Händler davon überzeugt, dass Naturkosmetik nicht für immer uncool wird und dass es irgendwann diesen Durchbruch geben wird für Naturkosmetik. Allen voran Müller in Ulm hat an uns geglaubt, hat uns in die Regale gestellt. Und plötzlich standen wir zwischen den Multinationals dieser Welt und waren ein winzig kleines Naturkosmetik-Unternehmen aus dem Schwarzwald. Und dann kam etwas dazu, was wir alle brauchen, wenn wir erfolgreich sein wollen. Und das ist Glück. Der Bio-Boom und der grüne Hype hat die Welt erfasst und damit wurde plötzlich auch Naturkosmetik cool. Wir waren plötzlich nicht mehr die Kräuterhexen, sondern wir waren vom Zeitgeist geküsst. Es gab und es gibt ganz viele schmeichelhafte Angebote von Konzernen, die uns super gerne kaufen möchten. Warum eigentlich? Ich habe mal einen Konzerninhaber gefragt, der uns kaufen wollte, warum wir interessant sind, als Marke gekauft zu werden. Und die Antwort war recht einfach. Wir haben ein paar unfair advantages, die nicht so leicht kopierbar sind. Ihr wisst schon, meine Oma hat gesagt, was ich nicht essen kann, gebe ich nicht auf meine Haut. Mein Papa hat einen wichtigen Satz ergänzt, nämlich unabhängige Studien belegen die Wirksamkeit. Und damit hat Annemarie Berlind einen nächsten großen Schritt genommen, um gehypt zu werden. Unsere Produkte sind von unabhängigen Testinstituten, nicht nur getestet, sondern bestätigt auf ihre Wirksamkeit. Wir sind die Marke, die Wirkung hat und dennoch clean ist, natürlich ist. Wirkungsvolle Naturkosmetik kann man nicht einfach aus dem Ärmel schütteln. Da braucht es schon ein bisschen Erfahrung dazu und auch ein bisschen Know-how. Vor vier Jahren hat mein Papa das Unternehmen nach 40 Jahren an meinen Bruder und an mich übergeben. Und eigentlich sollte ich hier mit meinem Bruder Nikolas stehen, weil alle Geschichten, die ich euch erzähle und alle Insights, die ich mit euch teile, sind auch die Geschichten von meinem Bruder. Mein Bruder ist aber gerade bei seinem Junggesellenabschied. An dieser Stelle, lieber Nikolas, ich habe dich im Herzen dabei und irgendwie stehst du auch hier neben mir. Da sieht man ihn auch auf ganz groß, dass da drüben bin ich, der andere ist mein Bruder. Jetzt kommt ein ganz großer Disadvantage, der sehr, sehr schwierig zu drehen war. Und das ist die Tatsache, dass mein Bruder und ich eine Geschäftsführung haben, seit vier Jahren. Es gibt ganz viele Berater, die davon abraten und ganz viele gute Beispiele haben, warum es gar keine gute Idee ist, als Geschwister ein Unternehmen zu führen. Mein Bruder und ich sind ein untrennbares Management-Team. Wir vertrauen uns, wir kennen uns blind. Wir arbeiten seit zehn Jahren zusammen bei Anne-Marie Berlin zusammen. Wir sind seit 35 Jahren befreundet und das haben wir zum Unfair Advantage gedreht. Im Vergleich zu vielen anderen Unternehmen und gerade zu den Konzernen sind wir ein Management-Team, das sich sehr lange kennt und sehr vertraut. Mein Bruder und ich haben uns geschworen, wir bleiben ein Familienunternehmen. Das muss ich vielleicht einmal übersetzen für alle, die heute aus Berlin angereist sind. Familienunternehmen sein heißt, wir sind bootstrapped. Das heißt, wir haben zero foreign investments, wir haben keine Elevator-Pitches, keine Finanzierungsrunden und wir müssen tatsächlich mit dem Geld auskommen, was wir selbst verdienen. Und für alle, die heute aus Düsseldorf, aus München oder aus Frankfurt angereist sind, wir sind nicht zu verkaufen. Meine Mama ist heute hier. Da vorne sitzt meine Mama. Liebe Mama, ich bin dir und dem Papa sehr dankbar, dass ihr unser Unternehmen nie verkauft habt, auch wenn es sehr verlockende und schmeichelhafte Angebote gab und gibt. Ich weiß die unternehmerische Freiheit, die Unabhängigkeit im Denken und im Handeln jeden Tag sehr zu schätzen. Ganz viel Dank dafür. Wir möchten unser Unternehmen eines Tages an die vierte Generation übergeben. Das bringt im Marketing einige Hürden mit uns, aber auch einige vielversprechende Ansatzpunkte für echte Hypes. Wir haben nicht die Werbemillionen zur Verfügung, wie die Konzerne das haben. Wir müssen in Bereiche investieren, die sehr vielversprechend sind. Der erste Punkt, super wirksame Produkte. Das heißt, die Produkte müssen eure Herzen erobern und müssen dafür sorgen, dass ihr es auftragt, erst auf dem Handrücken, dann im Gesicht und dass dann ein Strahlen über euer Gesicht geht. Das zweite, in was wir investieren, was uns ganz wichtig ist, sind unsere Mitarbeitenden. Wir haben kreative, hochperformante, fröhliche, top Talente, die mit uns jeden Tag zusammenarbeiten. Sie nennen sich liebevoll Berlindianerinnen und Berlindianer. Und was ist der dritte Punkt, der uns ein Unfair Advantage beschert in einem Teich voller Haifischen, wo wir das kleine Fischchen sind? Unsere Herkunft. Wir kommen aus dem Schwarzwald, deswegen trage ich auch diesen lustigen Schwarzwälder Bollenhut. Alle anderen Konzerne kommen aus London, Paris und Rom. Und wir kommen aus Kalf im Schwarzwald. Wie uncool. Aber was ist eigentlich cool am Schwarzwald? Wir haben im Schwarzwald unsere eigene Produktion. Wir haben unseren Firmenstandort und wir haben dort die eigene Forschung und Entwicklung. Das sage ich extra dazu, weil das relativ selten ist für Unternehmen, dass sie selbst forschen, entwickeln und auch herstellen. Was wir noch haben im Schwarzwald, ist unsere eigene Wasserquelle. Wir haben unser eigenes Schwarzwälder Tiefenquellwasser. Das heißt, das ist Wasser, das komplett unbelastet ist. Ohne Pestizide, ohne Hormone, ohne Dinge, die im Körper zurückgeblieben sind, schon mal getrunken wurden und das Wasser wurde noch nie aufbereitet. Das heißt, alle Produkte bei Annemarie Börlind enthalten Pico, Bello, sauberes, schickes, feines, frisches Schwarzwälder Tiefenquellwasser. Und deshalb haben mein Bruder und ich zu den Versprechen unserer Vorgängergenerationen noch ein Versprechen hinzugefügt. Wir sind made in the black forest. Es gehört auch zur Tradition, mit der Tradition zu brechen. Ich habe ein Zitat rausgesucht von einem der größten zeitgenössischsten Philosophen. Wer ist das? Sylvester Stallone. Sylvester Stallone hat im Film Rambo gesagt, es gehört auch zur Tradition, mit der Tradition zu brechen. Wir sind nicht mit der Rambo-Methode vorgegangen, aber wir haben einen kompletten Marken-Belounge gemacht. Ich habe euch ein paar Fotos dazu mitgebracht. Ihr seht oben links unsere System Absolut im alten Kleid und rechts daneben im neuen Kleid. Die System Absolut ist einer unserer weltweiten Bestseller, den wir millionenfach verkaufen. Kleiner Gedanke an der Stelle, bald ist Muttertag, das ist ein Mega-Muttertagsgeschenk. Mama, du bekommst was anderes von mir. Ihr seht noch unsere Hyaluron-Augenpads. Die kennen vielleicht auch die ein oder anderen von euch. Und auch die Augenpads waren natürlich einer unserer Hype-Auslöser. Was haben wir noch gemacht? Wir haben unsere eigenen Online-Kanäle aufgebaut. Das kommt beim Handel immer nicht so gut an und alle Händler, die heute da sind, den schicke ich trotzdem ein großes, großes Herz. Wir haben unseren eigenen Online-Shop aufgebaut als unseren eigenen Flagship-Store. Das heißt, dort ist der State-of-the-Art Flagship-Store. Wir arbeiten mit Online-Onlys zusammen, wie Flaconi. Da sind wir super stolz drauf, dass wir Category-Captains sind in der Naturkosmetik. Und auch mit Kunden, die stark hybrid unterwegs sind, wie Douglas, wachsen wir ganz fröhlich und sind sehr stolz drauf, die größte Naturkosmetik-Marke bei Douglas zu sein. Das ist nicht... Sorry, da. So, sichtbarweise, das war der Punkt. Sichtbar werden ist nichts, was uns als Familienunternehmer in die Wiege gelegt wird. Da lernt man eher das Thema Zurückhaltung. Ich finde aber, wir sollten sichtbar sein und wir müssen sichtbar werden. Ich mache ganz viel bei LinkedIn. Ich mache viel bei Instagram. Ich spreche über Themen, die mir am Herzen liegen. Zum Beispiel über Working Moms. Ich bin selbst Mutter von drei kleinen Kindern. Die sind drei, fünf und sechs Jahre alt. Ich spreche über Female Leadership, weil wir noch mehr Frauen in Führungspositionen brauchen. Und ich spreche über Female Empowerment, weil wir als Ladies noch lange nicht da sind, wo wir sein könnten. Aber wir kommen da hin. Wir kommen da hin. Natürlich spreche ich auch ganz viel über mein Lieblingsthema Naturkosmetik. Jetzt kommt was, was nicht so oft zusammen genannt wird. Persönliche Verbundenheit und die Creator Economy. Hier seht ihr die Elevator Boys, die uns im Schwarzwald besucht haben. Und die Creator Economy ist gerne als wenig nachhaltig verschrien und als käuflich verschrien. Und das ist sie auch, wenn man es selbst nicht ernst nimmt. Wenn man denkt, dass Creator und Creatorinnen Litfaßsäulen sind. Wenn es aber eine persönliche Verbundenheit gibt, dann passiert Magie. Ihr seht hier ein Foto von Farina von Novalana Love. Mit ihr haben wir unsere goldenen Augenpads rausgebracht. Das wurde ein riesengroßer Hype. Ihr seht hier die größten Beauty-Influencerinnen, eine Pamela Reif, die unsere Produkte zeigt. Und ganz viele andere. Es ist mir ein bisschen schwer gefallen, die richtige Auswahl zu treffen. Aber ihr seht auch Paul Ribke, der hier auch irgendwo sitzt. Den habe ich persönlich eingecremt in Newport Beach vor ein paar Wochen. Das war das erste Naturkosmetikprodukt, was er jemals auf der Haut hatte. Und dann gleich von Berlin. Wir haben auf unserer Reise auch Sally gefunden. Sally ist unser Gesicht für unsere Dekorative, also für unsere Make-up-Collection. Ich toure also weiter durch die Welt, treffe Menschen mit tollen Geschichten, die wir lieben und die uns und unsere Marke lieben. Wo hat uns das hingebracht? Wo stehen wir heute? Da stehen wir heute. Das ist der selektive Skincare-Markt. Das heißt, das sind die zehn größten Cosmetic-Brands Deutschlands. Wir sind eingestiegen auf Platz 163. Heute sind wir auf Platz 10. Alle anderen Marken, die ihr dort seht, sind Konzerne. Das heißt, im deutschen Skincare-Markt, in der Parfumerie-Welt, ist Annemarie Berlind das einzige deutsche Familienunternehmen, die einzige Naturkosmetikmarke und, besonders spannend für den deutschen Markt, die einzige deutsche Marke. Es gibt noch eine Geheimzutat, die wir brauchen, um Hürden zu überwinden und um Hypes zu kreieren. Und ich finde, dass auf einem Online-Marketing-Rockstar-Festival viel zu wenig darüber gesprochen wird. Und das ist die Liebe. Nur wenn wir lieben, was wir tun, wenn wir eine Leidenschaft dafür haben, können wir erfolgreich sein. Sonst ist das Ganze viel zu kompliziert und viel zu anspruchsvoll. Wer Lust hat, uns mit Liebe weiter im Ranking wachsen zu lassen, der darf das gerne tun. Und weil ihr mir 20 Minuten eurer Zeit geschenkt habt, schenke ich euch auch etwas. Und zwar einen Code für unseren Online-Shop. Wenn ihr bei Annemarie Berlind auf der Website den Code Annemarie eingebt, könnt ihr mit 30% Rabatt einkaufen. Das gab es noch nie. Ich bin heute noch den ganzen Tag hier mit meinem lustigen Bollenhut unterwegs. Ich habe ganz viele Eyepatches dabei. Ich habe auch viele Ladies und Gentlemen aus meinem Team dabei, die auch ganz viele Augenpads zu verteilen haben. Wenn ihr ein Selfie machen wollt, Augenpads haben wollt, sprecht mich gerne an. Ich danke euch für eure Liebe. Vielen Dank. Danke schön.